so meine lieben und damit herzlich willkommen so lang ersehnten lang erwarteten gewinnspiel auflösung von ford 76 noch mal vielen vielen dank an alle leute die mitgemacht haben es sind ein paar die sich tatsächlich noch gefunden haben und dieses spiel haben zu haben zu wollen und zu spielen sagt man jetzt so ja und wieso hat und es ist nicht so verwunderlich dass es nicht so viele mitgemacht haben glück für euch bisschen blöd für mich aber trotz alledem vielen vielen dank da sich das spiel ja gerade nicht mit rum gekleckert hat in den letzten wochen genau den zeitraum wurde gewinnspiel lief das war natürlich sowas von klar ich glaube das video war zwei tage online mit dem inspieler kam der erste shitstorm schon um die ecke in den news ich dachte halt kann alles mir wahr sein aber nur gut so ist es was soll ich machen ich dachte das wäre eine geile idee dass da viele leute spaß anhaben anscheinend wohl nicht mehr ich hoffe der gewinner wird viel spaß da anhaben und ja ich habe mich hier für einen online zufalls generator entschieden ich hatte jetzt überlegt ach machst du das live da machst du eine schüssel mit den namen und den schnips und dann ziehst du zufällig hätte man halt machen können der aufwand weiß ich nicht ob das sich gelohnt hätte dafür im prinzipiell ist genau das gleiche nur dass wir hier virtuell machen wir stellen uns aber vor dass in einer glas schale mit schnipsel mit allen neuen namen drauf und wie gesagt der begegnen tragen und kommen wir facken nicht lange rum ich soll hier klicken wir klicken jetzt hier rauf oder mit dem gewinner in 3 2 1 go und ist der bodensiempirat herzlichen glückwunsch vielen der anfühlt mitmachen ich werde versuchen dich irgendwie anzuschreiben ansonsten würde ich sagen wenn du das video siehst schreibst du mich an wo du vor allem hingehen soll wo ich es hinschicken soll und dann ja also wie gesagt in der video beschreibung werde ich eine e-mail-adresse hinterlegen da meldst du dich einfach oder ich versuche dich irgendwie anzuschreiben ich denke mal wir werden schon irgendwie connecten ja vielen dank für den machen vielen dank für den rest ich hoffe ich bleibe trotzdem weiterhin am stüssel und ja freue mich dann auf die nächsten videos die wir halt zusammen erleben werden wo ihr hoffentlich kräftig in die kommentare schreibt also vielen dank für einschalten herzlichen glückwunsch an der stelle an den bodensee pirat und bis neulich auf die nächsten 1000 abonnenten